Moin, ihr Füchse da draußen und willkommen zurück im Fuchsbau. Ich begrüße euch hier wieder recht herzlich zurück im Simulationsext und zu Polizei. Wir spielen momentan, wie der Name schon sagt, die Polizei. Haben letztes Mal dabei aufgehört, Autos ohne Nummernschilder abschleppen zu lassen und sind jetzt gerade notrufsmäßig angehauen worden, weil hier eine Schlägerei zwischen Betrunkenen tobt und wir sollen doch mindestens einen davon festnehmen. Möchtet ihr das Spiel wirklich beenden? Nein, das möchte ich nicht. Ich möchte Betrunken. Oh nein, nicht aussteigen. Ihr müsst da hinfahren. Okay, wir werden uns jetzt erstmal um die Betrunkenen kümmern. Dazu müsst ihr jetzt natürlich nur wissen, wo das denn ist. Kann ich das irgendwie anklicken? Hier vorne hatten wir so einen schönen roten, so einen roten Pfeil, der uns gesagt hat, wo das ist. Die Frage ist, wir werden das schon finden. Oh. Da, ich kann es hören. Da ist es, da sind sie. Erstmal die Sirene anmachen hier. So, meine Freunde. Ne, mindestens ein Fester. So, mein Freund, du kannst nicht fliehen. So, ich habe euch beide hier. So, kann ich die irgendwie auch mitnehmen? Kann man die an die Hand nehmen oder so? Erstmal zurückschlagen hier. Warte mal. Ne, ich lasse es mal lieber. Nachher bricht das ab. Oh, nein, nein, nein. Ich will das Spiel nicht beenden. Und ich will jetzt erstmal die Personentransporter rufen. Hier, hol mal die Betrunkenen ab hier. Ihr könnt euch doch nicht einfach mitten auf der offenen Straße am helllichten Tag betrunken. Wollen wir erst mal noch gucken, wer du bist hier, ne? Das ist noch wichtig. Maximilian Ring. Vorbestraft. Ja, da habe ich auch den richtigen rausgepickt hier, so jetzt hier. Hä? Jetzt holt er sich den da hinten ab. Denk dran, der Maximilian ist hier auch noch, ne? Nicht vergessen. Einer nach dem anderen, ne? Wir passen hier auf den Maximilian auf, du. Den nimmst du aber auch noch mit. Ne? Oh, nochmal eins, so. Jo, sehr gut. Dann nimmst du den Maximilian auch noch, ne? Viel Spaß in der... Ja, du weißt schon was, bitte. Reden wir nicht drüber. Tschüss, mein Freund. Mann, Mann, Mann. Hier mitten auf offener Straße, du. Das ist die Frage, wo unsere Karre ist. Ach da, alles klar, alles klar. So, widmen wir uns wieder unserer Hauptaufgabe. Wir sind immer noch dabei, Autos, die abgemeldet einfach an den Straßenrand gestellt worden sind, zu finden und abschleppen zu lassen. Vom A, B, A, C. Wer den ersten Part nicht gesehen hat, freut euch auf den A, B, A, C. Aua, scheiße. Der ist magisch. Der ist einfach nur... Der ist herrlich. Der ist einfach wundervoll. Seitdem ich den heute gesehen habe, hat sich mein Leben zu einem besseren verändert. Es ist... Ich weiß jetzt, dass es Magie und sowas gibt. Ich weiß, da ist eine größere Macht im Universum, die uns führt. Ja, jetzt mehr Schwachsinn kann ich jetzt auch nicht mehr reden. Also, lassen wir das Spiel dann den Rest erledigen. So, wir hatten eigentlich nämlich schon wieder ein Auto gefunden, das abgemeldet am Straßenrand stand. Aber plötzlich ist da einer eingestiegen und wird weggekachelt. Dann war es das nämlich. Da konnte ich dann auch nichts mehr machen. Oho. Fahren wir mal hier lang. Auf die Straßenseite. What soll's, ne? Hier. Die haben alle Schilder. Die sind auch außerhalb unseres Bereiches. Du hast ein Nummernschild. Das ist schön, dass man einfach so... Die mussten sie ja irgendwie simulieren, dass man aus dem Fenster gucken, Nummernschilder lesen kann. Einfach drüber hufern. Dann siehst du die Dinger. Das ist sogar mal richtig, richtig cool gemacht. Würde man wahrscheinlich im Spiel niemals brauchen. Aber cool ist es trotzdem. So, jetzt... Wo ist denn hier der Nächste? Wo ist er denn? Oh, scheiß auf die rote Ampel, ne? Wow, warte, wir heizen hier rum. Friesisch geht das mal um die Kurve. So, ich hoffe, der ist jetzt nicht verschwunden mit der Karre, weil dann kann ich die Mission heute nicht mehr abschließen. Dann werden wir bestimmt wieder degradiert zum Zettelschreiben, weißt du? Da rumlaufen und irgendwie... Oha, muss ich Parksinde aufschreiben. Sie stehen im absoluten Halteverbot. Ich wollte nur Brötchen holen. Ja, fick dich. Geh mit dir nicht. So. Achtung, die Bullerei kommt. So, fahren wir mal hier noch lang. Also, irgendwo muss doch hier noch einer stehen. Da. Der sieht doch ganz klar angemeldet aus. Hier stand der, hier. Aber jetzt ist er weg. Scheiße, irgendwo muss doch hier noch so eine Karre stehen. Da. Der eindeutig mitten hier einfach raufgeparkt. Ja, gar nicht. So schnell, bevor wieder einer einsteigt. Wie vorhin, ey. Wupp, ich fahr wieder weg, ne? Ich wollte ihn doch behalten. Nicht zugelassenes Fahrzeug. Okay, dann mal schnell den A, B, A, C rufen. Achtung, jetzt kommt wieder die Magie. Vor allem achtet mal drauf, wie schnell der da ist. Ich drücke jetzt drauf. Da ist er. Da ist er. Und heizt erstmal hier einen um. So, dann kommt der Magic Arm. Fährt sich aus. Fahllosartig greift. Fußgänger angefahren. Fahrer mit dem P.D. Inzieren. Bewerten Sie die Situation vor Ort und treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen. Sehr wohl. Okay. Fußgänger angefahren. Fahrer mit P.D. Inzieren Sie den Krankenwagen für Opfer rufen. Unfall, Fahrzeug, Abschleppung. So viel Auf... Jetzt kommt richtig der Alltag. Jetzt kommt die Arbeit hier, ne? So, hier ist ein Postkasten. Ich will sehen, was da für ein Bildchen drauf ist auf dem Postkasten. Oh, Alter. Die fahren und so, ne? Du dürft natürlich nicht das originale Postlogo verwenden. Das ist einfach eine... Eine 6. Sieht halt sehr ähnlich aus, ne? Und man weiß, man kann es identifizieren. So, wo ist denn der Unfall passiert? Ich hätte A da unten. Alles klar. Ich glaube, dieser Kreisel hier, der kommt auch immer erst an, wenn man in die Nähe des Gebietes gefahren ist. Man kann das nicht so... WoW-mäßig einfach doppelklicken und dann kriegst du den Questmark. So läuft das hier irgendwie nicht. So, mach mal hier, den hier. Wir sind hier im Einsatz. Jetzt dürfen wir das auch mal benutzen, ne? Achtung! Wo ist der Unfall? Da wollte er hier rausfahren, ne? Und voll die Scheiße gebaut. So, aussteigen. So, was denn hier passiert? Oh, das sieht aber verbeult aus, so. Ihnen geht's gut da unten? Ja. Das passt schon, ne? Bleib mal erstmal liegen. Ich kümmere mich erstmal um die Besoffene hier. Du siehst ja auch aus, als hättest du getrunken, ne? Katharina Konrad. In Verkehrshofer verwickelt. Keine Information vorhanden. Na, erstmal krieg ich die jetzt hier Pfefferspray ins Gesicht. Das macht hier die Ulrike, ne? Ulrike? Zeig ihr mal, was das soll, hier. So. Dann kommt jetzt wieder der... Wow. Ulrike Meiner, ja. Dann kommt jetzt hier wieder Mr. Fox. So, du nimmst die gute Frau erstmal fest. So. Weiß Bescheid, ne? Dann kümmern wir uns jetzt um den Verletzten hier. Max Albrecht. Verletzt. Keine Information vorhanden. Ja, bevor du weggeschickt wirst, Ulrike, damit er wach bleibt, ein bisschen Pfefferspray ins Gesicht. Oh, das dürfen wir nicht. Da ist das Spiel so nett und sagt, ne, das können wir jetzt nicht bringen. Na gut, dann rufe ich erstmal den, äh, erstmal den Krankenwagen, ne? Jetzt erstmal den Krankenwagen. Ne, hier. Den hier. Krankenwagen. Erstmal, erstmal Krankenwagen. Okay, der kommt ja auch schon. Oh, ich geh lieber auf den Weg, ne? Juhu, jetzt geht's los. Jetzt bin ich mal gespannt, ob die auch Magic drauf haben. Sieht sehr magisch schon mal aus, aber... Moin, Kollegen, ne? Einmal bitte den, den Max hier. Juhu, da flippt der auch rauf. Und dann ab damit. Hör, ne? Hau rein, ne? Wir trinken noch einen Kaffee. War einfach gute Idee, ne? Wenn die wegfahren können, wir mal einen Kaffee trinken hier. So, heißen auch wie die Bekloppten, aber die dürfen ja, ne? So. Alles klar. So, jetzt zu dir. Erstmal darfst du jetzt zusehen, wie deine Karre abgeschleppt wird. So, hier den A, B, A, C bitte einmal. Ja, und nimm mal mit, die Scheiße hier. Guck dir das Ding an. Wie dir auch alle am Heizen. Alle am Heizen, wie die Bekloppten, so. So, Ulrike. Hier, einmal nochmal Pfefferspray. So, hier, komm. Oh, ich darf nicht mehr. Es ist vorbei, weil es schon gefesselt ist. Ich darf nicht. Man darf, das Spiel verhindert zu sehr die Gewalt, hier. Polizeiprotalität wird ausgeschlossen. Na gut, ich lasse dich jetzt auch erstmal aufs Revier festnehmen, weil du hast den Arm. Oh, ich darf gar nicht. Ja, da bleib halt hier stehen, ne? Wir haben ihre Personalien aufgenommen, ne? Warte, ich mach nochmal hier PDA, so, hier, wupp. So, alles klar, ne? Wir sehen uns dann, ne? Gucken Sie, wie Sie nach Hause kommen. Tschüss. Tschüss, tschüss. So, Ulrike. Geht weiter. Unser Fahrzeug hatte ich, glaube ich, sogar einen Lebensbalken. Eieiei, den krieg ich sogar kaputt hier. Wahnsinn. So, dann suchen wir mal weiter. Wir brauchen immer noch ein Fahrzeug ohne Nummernschild. Ja, das hat ja eindeutig eins. Oh, ey, du kannst auch Geld spucken, ne, mein Freund? Oh, ist so eine dicke Karri gefahren. Ich würde sagen, wir heizen mal wieder in die Stadt rein. Genau, gucken wir mal hier, ob wir da nicht irgendwo was sehen. Ich weiß nicht, wie weit die Sichtweite ist, ob ich davon ausgehen kann. Ich kann bis zum Ende der Straße sehen, da ist nichts. Hier poppt mir zu viel. Insofern gehe ich mal davon aus, dass das nicht funktioniert. Jetzt fahren wir mal ein bisschen in der City rum. Und hoffen wir mal, dass kein Notfall wieder dazwischen kommt. Wir kommen doch nicht voran hier. Wie lange geht unsere Schicht noch? Noch elf Minuten. Uns fehlt noch ein Auto. Da, eindeutig. Der steht auch nicht. Oh doch, der ist geparkt. Verdammt. Achtung, sie haben das ihnen zugewiesene Einsatzgebiet verlassen. Oh, oh, Entschuldigung. Das hat die Buller, äh, die Bullerei, die Chefetage sofort gemerkt hier. Gleich wieder gefeuert heute Abend. Weil ich die arme, arme Passantin mit Pfefferspray bearbeitet habe. Das ist auch das erste, was man so macht als Bullerei. Oh mein Gott, in einen Unfall verwickelt. Pfefferspray. Haben sie nun mal vorn. Sind das hier echte elf Minuten? Hat den Anschein, ey. Oh, nicht schon wieder. Und lassen sie sie abtransportieren. Versuchen sie auch unbewaffnete Randalierer festzunehmen. Alles klar. Ich habe da zwar eigentlich gar keine Zeit für. Ich muss nämlich meine viel wichtigere Aufgabe hier... Ich stehe, die bewaffnete Randalierer hat. Können wir denn dann auch schießen? Mal gucken, was jetzt passiert. Ich habe ein bisschen Angst. Hat irgendeiner von uns eine Waffe... Ja. Ach, die... Oh, kacke. So, hier. Mach. Festnehmen. Sind noch mehr Randalierer. Wo ist der Rest? Ich sehe die doch hier rumrennen. Da rennt einer weg. Den kriegen wir auch noch. Komm mal, Rando. Randalieren die hier einfach rum. Hast du das gesehen, wie die am Randalieren waren? Ja, sah eigentlich aus wie eine normale Debo, aber... Gibt es hier nicht. So, hier. Das Prügel. Ach, los! Okay, ich muss Ulrike nehmen. Die muss hier Spreffer... Pfefferspray benutzen. So. So, den ersten haben wir. Das sind noch mehr. So, Moment. Ihr entkommt uns nicht. Den zweiten, muss ich den nicht eigentlich auch erstmal irgendwie noch fesseln oder so? Den haben wir bis jetzt nur verprügelt. Der steht auch bestimmt irgendwann wieder auf und rennt weg. Kann auch keiner erzählen, dass der da liegen bleibt und wartet, ne? So, Ulrike, du bist erstmal wieder ready, ne? Hier, nimmst du wieder deinen Pfefferspray raus und dann geht los, da. Den zweiten kriegen wir auch noch. Der rennt gerade direkt auf uns zu. Dumm, wie der ist. Oh mein Gott, ich muss hier weg. Ich renne erstmal zur Polizei hin und sag dem Bescheid. Oh nein, er ist abgebogen. Egal, so schnell ist der nicht. Den kriegen wir. Hier auch einfach irgendwelche Passanten ansprühen, das finde ich auch geil. So, er wollte sich hier in der Fußgängerzone verstecken. Kann man vergessen. Da rennt er, da rennt er. Haha. Nix ist, mein Freund. Dich kriegen wir. Guckt euch das an, hier gibt es sogar Wald und Bäume und so. So, da, komm, Rando. Glaubst du, kannst du in meiner Stadt ranalieren, wa? Na, nix ist. So, und festnehmen. Bupp. So. Rufen wir schon mal den Personentransporter. Bitte einmal den abführen hier. Was ist los? Wieso kommt hier jetzt hier niemand? Ich wollte gerade sagen, die Frau hat nicht genug, äh, äh, ja, Befehlsgewalt. Da lassen die sich dann auch mal ein bisschen mehr Zeit. Oh, das ist ja nur die Ulrike, die das will. Lass ich mir mal ein bisschen Zeit, ne? So, du führst den jetzt ab hier, bitte. Holst du dir die anderen auch automatisch oder muss ich da dann noch hinlaufen? Weiß ich nicht, ne? Oh, verschwunden. Einfach verschwunden. Außerdem, ich habe jetzt keine Ahnung mehr, wo unsere Karre ist, ey. Und wir haben noch sieben Minuten. Hoffentlich ist das ein abgemeldetes Auto. Das steht da so blöd auf der Straße rum. Das könnte tatsächlich sein. Oh, ich gucke mal mitten auf der Straße. Abgestell. Passt, hä? Ne, das ist nicht abgemeldet. Schade. So, wo ist denn der eine, den wir K.O. geschlagen haben? Liegt der hier noch irgendwo rum? War doch irgendwo hier. Der liegt ja noch. Oder? Ne. Ach, der steht da jetzt. Ah, er wurde brav an den Straßenrand geteleportiert. So, dann lassen wir die auch mal abholen, ne? Ich glaube, das machen wir immer, nachdem wir einen festgenommen haben. Die scheinen ja nicht, die scheinen ja ewiglich durch die Stadt zu rennen. Insofern passt das, ne? Hol dir den mal hier. Den, wie heißt er denn? Maximilian Weimar. Ja, viele Maximilians, ne? Wegen Randalieren verhaftet. Ja, das weiß ich. Hab ich selbst gemacht, ne? Uh, hier sind die News. Oh, ihr habt noch nie einen so schlecht texturierten Kiosk gesehen. Egal. So, fahr ab, die Sau, ne? So, da oben ist noch einer. Den kriegen wir auch noch. Wo ist denn der, den ich niedergeknüppelt hab? Das war der Lack hier. Den haben die echt an den Straßenrand dann für mich gestellt. Uh, jetzt kommt der Regen. Leute, jetzt wird's hart. Jetzt kommt auch noch Regen. Ganz nass hier. Jetzt bräuch ich hier meinen Mützenüberzug. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir da hinten irgendwie ein Fest genommen haben. Da läuft bestimmt noch einer. Haben wir nicht erst auch nur zwei? Ach, ne, das war der, den ich K.O. gehauen hab. Aha, gucke mal. Der liegt da auch noch. Was rückt man denn da? Ich weiß das nicht, ne? Du kriegst hier nochmal den hier. Ne, darf er auch nicht. Dann ruf ich da. Ich ruf mal den. Ich ruf mal erstmal den. Ne, ich darf nur den Krankenwagen rufen, weil ich den zu doll kaputt geprügelt hab. Entschuldigung, ne? Aber wer hier randaliert vor diesem wunderbaren Monumentalwerk der Kunst, hat nichts anderes verdient, ne? Das muss ich einfach mal so offen sagen. Es tut mir leid, aber das ist dann so, ne? Oh, bring weg, die Sau, ne? So. Ist die Mission jetzt dann abgeschlossen, oder? Katsache. Oh, heute hauen wir es raus. So, jetzt hier. Wir wollen in die Karre und dann suchen wir mal. Wir haben noch fünf Minuten. Wenn jetzt nichts dazwischenkommt, schaffen wir es vielleicht noch, irgendwo so eine Karre zu finden. Aber ich glaube, die eine, die wir nicht gekriegt haben. Ich weiß noch nicht, vielleicht haben wir die Mission noch schon abgeschlossen. Ich habe keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, wie viele das waren. Und ich weiß noch nicht, wie viele wir schon gefunden haben. Das ist jetzt einer von diesen Lastern noch unangemeldet hier. Ne, die sind angemeldet. Schade. Ist doch irgendwo noch eine Karre rumstehen, die nicht angemeldet ist. Achtung, ich muss da rein. Achtung, Achtung, lass mich durch. Ach, scheiße. Läuft doch. So. Das sieht alles angemeldet aus. Dann fahren wir einmal hier lang. Achtung. Oh, das war gut. Bin mitten durchgeschlupft. So, dann hier lang. Das sieht alles sauber aus. Wir haben gute Arbeit geleistet, würde ich mal sagen, vor heute, ne? Also. Oh, oh. Wait a second, mein Freund. Was haben wir denn hier? Du fährst damit tatsächlich rum. Das verdächtige Fahrzeug flieht. Verfolgen Sie das Fahrzeug und bringen Sie es zum Stehen. Oh, oh, what the fuck? Alles klar, alles klar, alles klar. So, ich hab keine Ahnung, wo der hingefahren ist, aber wir finden den schon. Ah, man kann doch doppelklicken und dann wird die Mission aufgedötet. Wie bringe ich die denn zum Stehen? Lautsprecher-Durchsage. Die Polizei. Ja, das wird sie überzeugen. Geil. Klappt das mal ein hier, das nervt mich. Ich muss erst mal den Typen jetzt finden. Hier spricht die Polizei. Halten Sie umgehend an. Ah, wenn mich mal was echt vor Angst in die Hose scheißen lässt, dann ja wohl das. Kann ich hier nicht mal ein bisschen mehr Gas geben? Was ist denn das? Oh, ist das spannend, ey. Mir kreuzeln sich hier schon die Nackenahme. Veraufregung. Und wie krieg ich den jetzt zum Anhalten? Wenn das jetzt GDA wäre, würde ich den so lange ran, bis er explodiert. Aber das geht hier wahrscheinlich nicht. Oh Mann, du fährst auch wie so ein Behinderter, ey. Ich fahr jetzt im Kreis, dann kriegen die mich nicht. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie und gehen an. Hörst du denn nicht, Junge? Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie und gehen an. Na komm. Achtung, hier spricht die Polizei. Bitte halten Sie und gehen an. Was machen wir denn jetzt hier? Muss ich den anklicken oder sowas? Fährt auch wie so ein Bescheuerter, wackelt so ein bisschen rum hier. Haha, ich muss den ran. Geil. Erste erfolgreiche Autoverfolgungsjagd. Oh, jetzt ist er auch verletzt. Oh, das tut mir leid. Schon wieder? Ich muss jetzt erstmal das hier rufen. Oh, es wird dunkel. Es wird dunkel. Ja, weiß ich doch. Ist doch gut. So, ich würde sagen, wir machen aber die Mission noch zu Ende, denn das geht nur noch zwei Minuten. Wäre jetzt dumm, jetzt hier einen Break zu machen. Die zwei Minuten, die ziehen wir noch durch. Das sind nämlich echt Minuten. So, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Die zwei, die eine Minute, die schafft er noch. So, transportieren wir ab hier. Yo, Aktenkoffer gestohlen. Gleich, gleich, gleich. Erstmal muss ich hier noch die Karre abschleppen lassen vom A, B, A, C. Das hat erstmal noch absolute Priorität hier. Das ist mal ein Team hier. Wir arbeiten zusammen. Das ist komplette Sybiose hier. Das läuft, ne? Wupp, das fährt auch durch mich durch. Das ist überhaupt kein Problem. So, dann kümmern wir uns mal noch um den Aktenkoffer. Vielleicht schaffen wir das noch. Ansonsten ist die Schicht gleich zu Ende. Ja, tut mir leid, warst du so, Feierabend? Ne, wir können jetzt nicht mehr, ne? Ist jetzt, äh, Ende, äh, Aktenkoffer suchen wir dann. Oh, morgen, kriegst du schon hin, ne? Wo ist denn die Sau? Ich sehe hier nix. Noch weniger als eine Minute. Oh, oh, oh. Das ist doch er hier. Daten vorhanden, Personen unverdächtig. Alles klar. Man weiß auch nicht, wo der Aktenkoffer ist, ne? Und du? Du, ich sehe hier nix. Du, hier rennt keiner. Ist alles cool. Ich muss dann Aktenkoffer wo selber suchen, du. Da können wir ihnen leider nicht weiterhelfen, ne? Aktenkoffer gestohlen. Ich weiß auch nicht, ne? Mann, wie lange geht denn diese Minute jetzt hier noch? Jetzt gleich. Ich weiß auch nicht. Es hat sich erledigt. Leute, wann ist denn das hier jetzt rum? Ihre Schicht ist fast zu Ende. Bitte schließen Sie Ihren restlichen Notruf ab. Oh. Ich muss das noch machen. Okay, dann machen wir doch nen Break, ne? Das wird sonst zu lange. Dann würde ich sagen, machen wir nen Break und danach gucken wir mal, was passiert, wenn die Schicht rum ist. Ich bedanke mich dann erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit Spaß. Wenn es euch gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Daumen da. Und ansonsten sehen wir uns dann, wenn ihr Bock habt, im nächsten Part wieder und werden dann mal den Aktenkoffer suchen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.